Hi, heute mal aus einer anderen Perspektive und zwar alleine und bei mir zu Hause, weil die Corona-Zeit jetzt gerade nicht zulässt, dass wir zu zweit Videos drehen. Deshalb führe ich den YouTube-Kanal jetzt erstmal alleine weiter. Und zwar geht es heute das erste Mal um ein What I Eat in a Day. Also ihr geht mit und ich zeige euch, was ich morgens, mittags, abends so esse. Das Ganze beträgt so um die 1500 Kalorien und ja. Als erstes kommt das Frühstück. Das wird ein Protein-Pudding und zwar der von Dr. Oetker, der jetzt im Moment so heiß begehrt ist. Dann ein Whip. Und zu Abendessen gibt es ein hessisches Rezept. Das habe ich von meiner Mama. Ich habe das früher geliebt. Ich habe das nur ein bisschen umgewandelt und zwar mit Vollkornnudeln und statt raffinierten Zucker nämlich Stevia. Das Rezept hört sich als erstes ein bisschen pervers an, aber ich sage es euch, es ist so lecker. Ich liebe dieses Rezept. Ja, vielleicht hat einer Lust und Mut, das auszuprobieren und ist genauso begeistert wie ich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video und beim Nachmachen. So, für das Frühstück heute brauchen wir einmal 150 Gramm Wild-Heidelbeeren, dann den ganzen Becher von diesem Heilprotein-Greßbülle, den ich jetzt endlich mal bekommen habe und 10 Gramm von Erdnussblumen. Als erstes packen wir jetzt die Wild-Heidelbeeren in die Mikrowelle, damit die auftauen und schön warm sind. Danach füllen wir dann den Grießpudding in eine Schüssel und die Heidelbeeren kommen da drauf. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Okay, für dieses Rezept braucht ihr zwei Eier, 100 Gramm von Vollkornmudeln, am besten so kleine Muscheln, dann Stevia, so viel wie ihr halt wollt, wie süß ihr das gerne haben möchtet, und 360 Milliliter fettarme Milch. So, jetzt die Milch zum Kochen bringen und erst wenn die Milch richtig sprudelt, dann das Ei dazugeben und dann direkt vom Herd nehmen. So, dann kräftig umrühren. Ich habe das jetzt wieder auf die andere Herdplatte gestellt, weil die jetzt also langsam abkühlt. Und dann kann man sehen, dass dann hier wie so Rührei entsteht. So, zum Abendessen gibt es heute ein Vollkornweb mit Hähnchenbrust. Und zwar benötigen wir dafür ein Vollkornweb, das gibt es in Edeka, ein bisschen Rucola, 50 Gramm Tomatenmark, 100 Gramm Hähnchenbrust und zwei Scheiben von diesem Schablettenkäse light. Den gibt es auf jeden Fall bei Kaufland und ich meine auch bei Real. Gleich, wenn wir das Hähnchen angebraten haben, nehmen wir das Whap, bestreichen das mit Tomatenmark, legen dann den Schablettenkäse da drauf, kurz in die Mikrowelle, damit der schmilzt, Rucola und dann zusammenrollen. Ich nehme zum Braten kein Fett, damit ich Fett einspare und meine Pannen sind so gut geschichtet, dass es auch ohne klappt. So, das Ganze war jetzt eine Minute in der Mikrowelle, damit der Käse schön schmilzt und jetzt belegen wir den Whap. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einer Woche bei dem nächsten Video. Ciao!